Hey, was geht ab, da euer Fripsi und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werden wir uns den neuen Gegenstandshop im Hintergrund anschauen vom 24.08.2019. Ihr könnt natürlich gerne meinen Support-O-Creator-Code eintragen, FFPZ-YT, würde mich auf jeden Fall mega unterstützen und natürlich auch freuen. In vier Sekunden aktualisiert sich der Shop, wir hatten gestern das Major-Laser-Paket am Start, mega cool und heute schauen wir rein. Okay, ein neuer Skin scheint wohl am Start zu sein, wir fangen aber dennoch auf der rechten Seite an. Wir haben hier zum einen die Gaunerin für 1500 Debugs, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass ich den Skin jetzt nicht mehr so cool finde, aber das Rückenaccessoire sieht eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir hier, was stinkt hier so, ist meiner Meinung nach unnötig, weil es auch wirklich ein billiger Emote ist und es ist absolut null lustig. Wüsten-Dominiererin, mega cool, auch hier mit dieser Sonnenbrille da oben, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Skin, mit dem man arbeiten kann und den man auch gut kombinieren kann. Glitter als Emote ist kein Muss, es ist auch ein bisschen nervig, auch der Sound hier ist nicht eine 10 von 10 oder so, absolut nicht. Lass dir bei den Finger davon, Knacks habe ich mir bis heute nicht gekauft, finde ich nicht so cool. Heute haben wir hier die rote Tarnung erhalten, schaut auf jeden Fall mega cool aus hier, ein Camouflage rot. 300 Debugs sind vollkommen fair und gehen absolut in Ordnung. Dann haben wir natürlich das Major Laser Paket am Start, da brauche ich denke ich mal nicht näher einzugehen, gestern habe ich ja da meine Meinung schon dazu gesagt. Heute ist der Überschalt-Skin wieder am Start, finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Dazu passen gibt es nochmal hier Zielsicher als Gleiter, ist absolut hässlich. Die Lackierung ist mega geil, komplette schwarz. Dann haben wir nochmal Luftkampf, ist jetzt nicht so lagger. Ja, muss man sich nicht gönnen, aber der Skin und diese schwarze Lackierung gehen vollkommen in Ordnung. Heute neu haben wir einen neuen Skin erhalten und zwar in unterschiedlichen Stilvarianten. Einmal hier in dieser Variante, sieht recht extravagant aus und hat sehr komische Haare plus die weiße Version, wobei ich auch ehrlich gestehen muss, dass die weiße Version ein bisschen cooler ist. Als Rücken-Accessoire haben wir hier irgendwie so eine komische reaktive Box und ich denke mal, wenn man einen Kill macht oder so, dann reden die oder da kommt halt ein Ton raus. Schaut auf jeden Fall mega cool aus eigentlich. Also ich werde mir den Skin mal kaufen, ob ich ihn spielen werde, muss ich mal schauen. Das wird sich dann herausstellen. Soviel auf jeden Fall dazu, die Freestylerin ist am Start und mehr gibt es hier nicht zu sagen. Wir switchen kurz in den Ready-Develop-Modus und schauen uns dann dort nochmal an, was wir erhalten haben. So Leute, weiter geht's. Wir haben hier im Item-Shop das Anhänger-Lama. Ist kein gutes Lama, hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Soviel dazu, wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ich bin da mal raus, haut rein, geht in den Mittelflow, euer Fraps und ciao.